Was bedeutet es eigentlich, wenn man eine Parallelschaltung von mehreren Lampen hat? Genau das zeige ich dir in diesem Video. Also wir haben einmal eine Spannungsquelle, ein Kreis mit so einem Strich darin und drei Lampen. Eins, zwei, drei. Drei Lampen, Lampen wird mit dem Symbol eines Kreises mit einem Kreuz darin gezeichnet. So, jetzt müssen wir das Ganze noch verbinden. Also die Spannungsquelle verbinden wir mit jeder Lampe, sowohl oben als auch hier unten. So. Wie man hier sehen kann, haben wir eine Verzweigung und diese Lampen liegen parallel. So, nehmen wir mal an, für jede Lampe, beziehungsweise hier unten mache ich auch gerade nochmal einen Punkt. So. So, die liegen parallel. Das heißt, der Strom, der hier fließt, teilt sich auf. Hier haben wir so einen Knoten und ein Teil des Stromes fließt hier entlang und ein Teil hier unten entlang. Und auch hier teilt sich der Strom auf. Strom aufteilen bedeutet hier Parallelschaltung. So, dann nehmen wir mal folgendes. Wir sagen, wir brauchen für eine Lampe 12 Volt und 2 Ampere. 12 Volt und 2 Ampere für die Lampe. Und die sollen mal alle baugleich sein. Also auch die hier 12 Volt, 2 Ampere. 12 Volt, 2 Ampere. So. Was bedeutet das für die Spannungsquelle? Nun, über jede Lampe müssen 12 Volt anliegen. Hier 12, hier 12, hier 12. Und das bedeutet, wir brauchen hier oben 12 Volt. Hier auf der Leitung ist überall die gleiche Spannung. Das heißt, wir haben überall hier oben 12 Volt. Hier ist 12 Volt, hier ist 12 Volt, überall. Und hier unten ist dann 0 Volt, 0 Volt, 0 Volt, 0 Volt. Denn 12 Volt fällt hier jeweils ab. Also hier oben auf den Leitungen haben wir 12 Volt. Und über die Lampen fällt jeweils, beziehungsweise insgesamt dann, 12 Volt ab. Wir haben dann hier unten 0 Volt. Das heißt, die gesamte Spannung fällt über die Lampen hier jeweils ab. Bedeutet, wenn wir hier oben 12 Volt haben, dass auch unsere Spannungsquelle 12 Volt liefern muss. Wie sieht es mit dem Strom aus? Nun, wir brauchen für jede Lampe 2 Ampere. Also hier müssen 2 Ampere reinfließen. Hier 2 Ampere. Hier müssen 2 Ampere reinfließen. Und hier auch. Und wenn ich für drei Lampen jeweils 2 Ampere brauche, naja, dann müssen hier oben eben 6 Ampere reinfließen. 6 Ampere. Und hier unten fließen dann 6 Ampere zurück. Also die Spannungsquelle. Die Spannungsquelle muss also neben den 12 Volt vor allem auch 6 Ampere bereitstellen. Und die 6 Ampere teilen sich auf. 2 Ampere fließen hier runter. Das heißt, hier drüben fließen dann noch 4 Ampere. Und hier teilt sich das auch nochmal auf. 2 Ampere nach unten. Bedeutet, 2 Ampere noch hier rüber. Und hier unten dann kommen 2 Ampere. 2 Ampere, 2 Ampere. Macht dann 6 Ampere. Die zurückfließen in die Spannungsquelle. Ja, soweit mal zur Parallelschaltung von Lampen. Wenn dich das Thema Grundlagen der Elektrotechnik noch mehr interessiert, dann schau mal hier in die Endcard rein. Dort werde ich dir 2 weitere passende Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Physikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.